Geben, was man im Herzen trägt Eines Tages gab ein reicher Mann einem armen Mann einen Korb voll Müll. Der arme Mann lächelte ihn an und ging mit dem Korb fort. Er lehrte und reinigte ihn und füllte ihn mit wundervollen Blumen. Er ging zurück zum reichen Mann und überreichte ihm den Korb mit Blumen. Der Reiche staunte sehr und fragte »Warum hast du mir diesen Korb voller wunderschöner Blumen gegeben?« »Wo ich dir doch einen Korb voller Müll gab?« Der Arme antwortete »Weil jeder das gibt, was er im Herzen trägt.« »Weil jeder das gibt, was er im Herzen trägt.« »Weil jeder das gibt, was er im Herzen trägt.« Untertitelung des ZDF, 2020